5. Elegantes Kopfteil für ein Doppelbett, geeignet für die Dekoration von Räumen unterschiedlicher Größe und verschiedener Stile, von klassisch barock bis modern, um dem Raum eine besondere Note zu verleihen. Das Kopfteil besteht aus einem massiven Holzrahmen, der mit einem handgefertigten Polsterstoff bezogen ist. Er ist 173 cm lang, 163 cm hoch und 10 cm tief. Ideal auch für Kinderzimmer. Hergestellt aus massivem Buchenholz, weiß lackiert. Ein perfekt überarbeiteter klassischer Stil, der Ihr Bett mit einer raffinierten und verführerischen Note schmückt. Ausgezeichneter Artikel. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4. Kopfteil im Barockstil mit schwarzer Polsterung und silberfarbenem Buchenholzrahmen. Dieses Kopfteil misst 180 cm in der Länge, 6 cm in der Tiefe und 134 cm in der Höhe. Ein ausgezeichnetes Produkt für Liebhaber der Schönheit und des originellen Stils. Mit diesem eleganten und unverwechselbaren Kopfteil wird Ihr Bett zum Mittelpunkt des Raumes. Hergestellt von erfahrenen Handwerkern. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3. Bettkopfteil im Barockstil. Geeignet für die Dekoration von Räumen unterschiedlicher Größe und verschiedener Stile. Er misst 171 cm in der Länge, 6 cm in der Tiefe und 153 cm in der Höhe. Handgefertigt aus hochwertigen Materialien. Das Kopfteil aus Buchenholz ist mit Blattgold überzogen. Ideal für alle, die einen originellen Stil mögen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Kopfteil im Barockstil für den Kaffee. Doppelbett. Von erfahrenen Handwerkern aus massivem Buchenholz gefertigt und mit hochwertigen Materialien gepolstert, die eine lange Lebensdauer garantieren. Das Kopfteil hat eine Länge von 171 cm, eine Tiefe von 6 cm und eine Höhe von 153 cm. Ideal für Liebhaber von raffiniertem und originellem Design. Verziert mit antikisiertem Silber. Ein klassischer Stil in perfekter Neuinterpretation. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1. Elegantes Bettkopfteil aus Blattgold. Geeignet für die Dekoration von Räumen verschiedener Größen und Stile. Vom klassischen Barock bis zur Moderne. Ausgezeichneter Artikel. Das Kopfteil für ein Doppelbett hat einen massiven Holzrahmen, der mit einem handgefertigten Polsterstoff bezogen ist. Dieses schöne Kopfteil wird zum Mittelpunkt des Zimmers. Das handgefertigte Bettkopfteil ist aus soliden, hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Er misst 173 cm in der Länge, 10 cm in der Tiefe und 162 cm in der Höhe. Ein perfekt überarbeiteter klassischer Stil, der Ihr Bett mit einer raffinierten und verführerischen Note schmückt. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.